ja leute ich bin halt für eine woche aus der gefecht das heißt ich kann vielleicht twitch noch machen halt aber nicht so oft weil ich halt mit meinen ich bin mit dem e-scooter gefahren hat in frankfurt herum wenn auf der ampel zugefahren und dann kurz bevor ich auf der straße fahren wollte ist die ampel ist schnell auf rot gegangen also zwei drei meter ja dann habe ich mir überlegt hat bremsen sind so schwach wenn es runter auf 15 km gebremst dann habe ich mir dass es nichts bringt habe ich halt diesen fuß hier abgebremst halt und bin gleichzeitig umgeknickt hat vorher war die vermutung im kreuzbandriss dann wurde es bestätigt hat dass es nur eine überdrehung ist halt und das ist für eine ende der woche das ende nächste woche sei es bis nächste woche sonntag krank geschrieben bin halt und ich dann erstmal nichts machen darf ich habe dabei wenn ich mich so ganz mal hinsetze wie immer ja geht es ja kann man beim nächsten nach links anziehen oder drauf stehen hat das ist so eine starke belastung halt von meinen knie und aktuell darf ich mich generell nicht erst mal hier von jemals speck bewegen man bett hat außer wenn es aufs klo muss hat das ist ein bisschen problematisch aber da habe ich schon einen trick schon aber generell heißt es hause zu hause bleiben und mich ausruhen wenn das schlimmer wird halt dann muss ich zum mac und ich warte erst mal bis ende der woche ab es wieder sich weiter entwickelt hat ich habe schon schmerzmittel genommen hat gegen die schmerzen hat die wirken gerade halt ein bisschen aber komplett nicht so ganz zeit ja ich hoffe dass dieses krankheitsvideo jetzt gefallen hat ich hoffe es wird besser halt ich bin auch froh dass es auch nicht schlimmer geworden ist halt alles klar man hört sich vielleicht drauf und schau